Hallo und herzlich willkommen im Jachthof. Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit bei uns am Edersee. Die drei Sterne-Appartments der Ferienanlage Jachthof befinden sich auf der Halbinsel Scheib, einem der schönsten Plätze am Edersee. Die geräumigen Apartments bieten Platz für bis zu fünf Personen. Ein Minimarkt und Tiefgaragen-Stellplätze befinden sich ebenfalls auf dem Gelände. Das Haus verfügt zudem noch über einen modern ausgestatteten Wellnessbereich. Das angegliederte Sommerhaus ist die ideale Unterkunft für Klassenfahrten und Gruppenreisen. Es bietet Platz für bis zu 70 Personen in einem modernen Ambiente und komfortabel ausgestatteten Raum. Oder verbinden Sie Ihren Urlaub mit einem Segelkurs in unserer Segelschule Wilbach. Seien Sie unser Gast und erleben Sie die vielfältigen Angebote der Ferienregion Edersee. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Danke Ihnen.